ja hallo hier ist julia lennon willkommen zu meinem psychoseblog was nehme ich als thema für mein psychoseblog teil 2 also ich finde selber dass ich total gut aussehe also geht es vielleicht um männer im psychoseblog 2 also ich muss sagen es nutzt mir nichts dass ich vielleicht gut aussehe weil ich werde von männern eigentlich nur benutzt sobald sie erfahren dass ich psychisch krank bin komme ich als partnerin für die männer nicht mehr in frage und dann ja vielleicht mal vögeln oder so aber das war es dann auch weil er will schon so eine kranke frau man ist sozusagen beschädigt no go persona nun grad also wie gesagt habe ich ja auch überall hausverbot eigentlich schon fast berlinverbot das ist das was den leuten zu mir einfällt ja was kann man sagen über psychosen also ich habe jetzt keine stimmen oder so ich habe dann wenn ich die tabletten absätze und so psychotisch werde dann habe ich oft angstzustände teilweise auch richtig krass todesangst und manchmal denke ich dass lemmy noch lebt weil ich sage immer lemmy ist gott also er entscheidet selbst wann er stirbt und wenn ich die tabletten nehme dann bin ich eigentlich ganz normal also dann bin ich eigentlich ein ganz normaler mensch wie alle anderen auch diesen unterschied machen zu können das fällt halt meinen mitmenschen extrem schwer also es ist auch nicht die leute sind auch nicht in der lage auch nicht in kreuzberg oder friedlsheim gerade in der ach so toleranten linken szene irgendwie zu sagen okay nimmt sie ihre tabletten wie geht es ihr oder einfach zu sagen ey nimm mal deine tabletten geh nach hause komm wieder wenn du wieder gesund bist ne es wird einfach gesagt verpiss dich du bist der letzte dreck und ich habe auch keine band oder so obwohl ich seit jahren musik mache mit mir will keiner zusammen in einer band spielen weil ich psychisch krank bin deswegen sage ich es ist schlimmer als krebs man stirbt nicht daran aber ich habe keine arbeit keine band ich liebe hefarin aber sonst hätte ich wahrscheinlich auch keinen vernünftigen freund weil man einfach stigmatisiert wird bis dort hinaus mit dieser erkrankung es geht gar nicht es ist ein absolutes no go es wird so tot geschwiegen wie nur irgendwas in der psychiatrie sind gute leute die das auch haben also ich habe gute leute in der psychiatrie kennengelernt und ich möchte hier auch eine lanze brechen für alle meine psychiatrie-Ghetto-Kumpels weil da wir halten zusammen was bleibt uns anders übrig weil zwangsmedikationen fixierungen ist alles in der tagesordnung einmal wurde mir nachts in der psychiatrie von dem pfleger angedroht dass er mir desinfektionsmittel in die augen spült das ist nur eine von wenigen geschichten die dort abgehen ja so ist es nun mal